Japan hat Menschen aus aller Welt angezogen. Das asiatische Land ist für seine reichhaltige Kultur bekannt. Im Grunde ist es eine gute Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern zu verstehen, wenn man sich ansieht, was ihnen wichtig ist. Was feiern sie? In den meisten Ländern stehen Feiertage mit historischen Ereignissen im Zusammenhang. In Japan stehen viele Feiertage im Zusammenhang mit der Natur oder mit wichtigen Ereignissen des Lebens. Die folgenden gehören zu den beliebtesten Feiertagen in diesem Land. Mädchenfest Das Mädchenfest ist auch bekannt als Puppenfest oder Hinamatsuri. Es findet am 3. März statt. An diesem Tag wünschen Familien mit Mädchen ihnen Gesundheit und eine glückliche Zukunft. Die Menschen dachten, dass Puppen Gesundheitsprobleme und Unglück beseitigen könnten. Früher warfen sie Papierpuppen in einen Fluss, um Unglück zu entfernen. Heutzutage schmückt man sein Haus mit Puppen. Sie werden auf einem Tisch oder in einem Treppenaufgang aufgestellt. Es gibt für diesen Tag besondere Puppen, die Hinapuppen genannt werden. Hinapuppen stellen die kaiserliche Familie dar. Sie tragen Kleidung aus der Haiyanzeit. Jedes kleine Mädchen bekommt einen Satz Puppen. Für gewöhnlich schenken die Großeltern den Mädchen ihren ersten Satz Puppen. Tag des Erwachsenwerdens. In den meisten Ländern ist es ein wichtiges Ereignis, erwachsen zu werden. Der Tag des Erwachsenwerdens ist seit 1948 ein Nationalfeiertag. Er wird jedes Jahr am zweiten Montag im Januar gefeiert. An diesem Tag heißen Japaner neue Erwachsene in der Gesellschaft willkommen. In Japan gelten Männer und Frauen als Erwachsene, sobald sie 20 Jahre alt sind. Von diesem Tag an ist es ihnen erlaubt, Alkohol zu trinken, zu fahren, in Bars zu gehen und zu rauchen. Am wichtigsten ist, dass sie das Wahlrecht haben. An diesem Tag tragen die Frauen ein langärmeligen Kimono namens Furisode, was schwingende Ärmel bedeutet. Männer tragen entweder ein Kimono oder einen Anzug. Familien besuchen Schreine mit ihren neuen Erwachsenen. Sie beten für gute Gesundheit und ein langes Leben für die neuen Erwachsenen. Der Bürgermeister einer jeden Stadt spricht zu den Jugendlichen. Er gratuliert den neuen Erwachsenen. Er erklärt die Bedeutung davon, ein Erwachsener zu werden. Manchmal bekommen die neuen Erwachsenen ein kleines Geschenk. Nach der Rede des Bürgermeisters gehen die meisten neuen Erwachsenen auf Partys, die speziell für sie ausgerichtet werden. Manche gehen lieber mit Freunden etwas trinken. Tag des Frühlings Das Datum dieses Feiertags ändert sich von Jahr zu Jahr. Er findet für gewöhnlich zwischen dem 19. März und dem 22. März statt. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Dieser Tag steht für den Anfang des Frühlings und das Ende des Winters. Der offizielle Name dieses Feiertags ist Frühjahrstag und Nachtgleiche. An diesem Tag geht die Sonne genau im Osten auf. Sie geht genau im Westen unter. Daher haben Tag und Nacht dieselbe Länge. Vor 1948 war es ein religiöser Feiertag. Heutzutage nehmen sich die Japaner an diesem Tag, die Zeit, die Natur, die Liebe und alles Lebende zu feiern. Viele Menschen kehren nach Hause zurück, um ihre Lieben zu besuchen. Wie bereits erwähnt, ist die japanische Kultur sehr naturverbunden. Zum Beispiel ist der Tag des Meeres ein Nationalfeiertag, um dem Meer zu danken. Es ist auch ein Tag, um sich an dessen Bedeutung für die Insel zu erinnern. Er findet am dritten Montag im Juli statt. An diesem Tag können Familien an den Strand gehen, um zu schwimmen oder zu surfen. Der neueste japanische Feiertag ist der Tag des Berges. Er findet am 11. August statt. 73 Prozent von Japan besteht aus Bergen. Dieser Feiertag wurde vor allem als Tag geschaffen, um den Bergen zu danken.